Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mich getraut und habe bei Timo bestellt, tatsächlich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal so ein bisschen herauszufinden, ob das Ganze sich lohnt oder ob das Tinnif ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen, keine Ahnung, meine persönliche Review dazu geben, wie das so ist. Ich habe in der letzten Zeit, seitdem dieser Shop online gegangen ist, so viele Kooperationsanfragen davon bekommen. Ich glaube, jeden Tag mindestens eine. Und ich habe sie immer abgelehnt, weil ich einfach gedacht habe, ich habe gar keine Ahnung, wie die Qualität der Produkte ist und was das alles so ist. Und ich hatte auch irgendwie ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht Wish 2.0 sein könnte. Und ja, ich habe jetzt da bestellt. Ich hatte nämlich mit der lieben Nicole vom Kanal Schikitas Place Video telefoniert. Und da haben wir auch über Temo gesprochen und über Kooperationsanfragen und so. Und dann sagte sie auch, naja, mach doch eine Testbestellung und mach doch ein Video darüber und berichte doch einfach mal. Dann kann man vielleicht einfach selber mal so seine persönliche Einschätzung geben. Also, das mache ich jetzt. Ich habe für ungefähr 85 Euro bestellt. Ich habe 20 Teile aus verschiedensten Kategorien dort bestellt. Und die werden wir jetzt gleich auch einfach mal uns angucken. Ich fand das Einkaufserlebnis dort furchtbar. Ich bin auf diese App gegangen, musste irgendwie mich anmelden und bin bombardiert worden, als wäre ich im Casino mit irgendwelchen sich drehenden Glücksrädern und Countdowns. Und ich fand das so stressig und so unangenehm. Und bevor ich dann, also ich habe zwei Bestellungen getätigt, die tatsächlich aber alle in einer einzigen Lieferung eingetroffen sind. Das fand ich zum Beispiel schon mal positiv. Aber ich fand das super anstrengend. Also, es ist nicht so irgendwie wie so ein entspanntes Shoppingerlebnis, dass du so durch die Homepage durchgehst und dir in Ruhe die Produkte angucken kannst. Dann auch vielleicht vergleichen kannst. Was könnte einem vielleicht besser gefallen? Und deswegen hatte ich dann auch schon die erste Bestellung getätigt, weil irgendwas war da mit mega viel Rabatt und so, der aber irgendwie gar nicht kam. Es war ganz verwirrend. Und danach habe ich dann halt nochmal eine Bestellung getätigt über die weiteren 17 Teile. Ja, also das fand ich nicht cool. Ich habe super viele E-Mails auch immer wieder bekommen, was mir auch auf den Keks gegangen ist. Also das Einzige, was dann halt wirklich gebündelt kam, ist die Abbuchung. Ne, die kam auch in zwei Teilen. Die Abbuchung der Zahlung und halt das Paket. Was ich positiv fand, ist, dass da nicht irgendwelche zusätzlichen Versandkosten pro Paket kamen. Weil das hast du ja zum Beispiel bei Wish immer wieder gehabt, was mich irgendwann auch echt genervt hat. Und dann hattest du auch, dann hatte ich auch Angst, dass ich vielleicht Zoll zahlen musste. Musste ich auch nicht. Also da ist auch alles gut gelaufen. Das macht Temu scheinbar richtig. Ich hatte das auf der Homepage auch so gesehen, dass es auch von verschiedenen Shops angeboten wurde. Also kann ich mir das vielleicht so vorstellen, dass es wie so eine Art Amazon ist, wo das Ganze Marketplace-mäßig dann auch gebündelt wurde. Und von Temu dann auch verschickt worden ist. So, so viel erst mal dazu. Und dann würde ich sagen, gucken wir in das Paket rein. Als mein DHL-Bote mir das auch eben brachte, sagte er, was ist da eigentlich drin? Ich verteile so viele von diesen komischen, orangenen Tüten hier die ganze Zeit. Dann habe ich ihm das erzählt und er fand das auch noch nicht so überzeugend. Geht ihm ähnlich wie mir. Mein Freund sagte mir auch, Spoiler, du brauchst da gar nicht bestellen. Das ist bestimmt alles Tinnif. Bin ich gespannt. Ich habe hier sogar was für ihn noch mit dabei. Ich persönlich finde die Verpackung nicht so cool, weil es ist halt einfach eine Tüte, die aus Timbuktu gefühlt hingekommen ist. Also mein Versandaufkleber lautet auf Frankfurt an der Oder. Also da scheint es auch irgendwie so eine Art Umschlagplatz zu geben. Vielleicht wurde dort tatsächlich alles einzeln hingeliefert und die haben das hier hingebracht. Keine Ahnung. Ich blende euch hier mal ein, wie lange die Versandzeit gedauert hat. Also heute ist der 29. Juli. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich bestellt habe. Das ging aber tatsächlich schneller als gedacht. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht im Herbst oder so den Haul drehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen jetzt hinein. Natürlich erwartet uns drinnen super viel Einzelverpackung. Es sind 20 Produkte. Es ist irgendwie verständlich, dass dann da alles auch einzeln verpackt kommt. Und ich starte mit dem ersten. Es ist in einer Form schön orange. Ja, es sind schlappen. Also qualitätstechnisch haben wir hier schon direkt das erste Füßelchen, was abgegangen ist. Aber das ist wohl einfach nur schnell produziert. Und dann, ja, ne? Geruch ist jetzt nicht vorhanden. Da geht alles soweit klar. Aber ich habe doch nicht diese Größe bestellt, oder? Oder habe ich extra eine Nummer größer bestellt? Und, ja, stimmt, das ist die chinesische Größe 42, 43 und die europäische Größe 40,5 oder sowas. Die sind super, super leicht. Die fühlen sich tatsächlich gar nicht mal so schlecht an den Füßen jetzt an, ne? So schaut das dann aus. Ja, die Optik ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass das jetzt auch irgendwie total stylisch ist. Wenn ich stehe, sieht das echt kacke aus. Kann man nicht anders sagen. Also, da können die aber natürlich nichts für, ne? Das sieht aus, als hätte ich Riesenfüße. Weil das halt auch sehr, sehr breit ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, ne? Das ist halt krass. Aber es ist schon saubequem. Au. Entschuldigung, Sam, ich wollte dich nicht erschrecken. Hier hinten hatte ich gerade irgendwie das Gefühl, als würde da irgendwas an meinen Fuß ran ditschen. Aber das tut's nicht. Okay, also Fußbett suchst du dir hier halt tatsächlich vergeblich. Aber die sind halt vom... Also das hier unten... Wobei, nee, ein bisschen Fußbett hast du, ne? Also hier ist so ein ganz, ganz kleines bisschen Fußbett vorhanden. Die sind halt super, ne? Leicht und recht günstig. Aber die waren gar nicht so günstig. Ich habe doch 3,79 Euro. Ja gut, Claudi. Ich glaube, ungefähr nichts, was du bestellt hast, war super teuer, ne? Okay. Ja, ich werde sie tragen. Also das ist jetzt kein Produkt, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie ein Fail. Aber ich schlüpfe jetzt trotzdem in meine Crocs wieder rein. Das ist halt die Sache. Ich bin halt jemand, ich trage auch sowas, ne? Dass hier schon Hunde haben. Sammy, wie hast du das geschafft? Naja, ähm, finde ich tatsächlich besser als erwartet. Das hier ist tatsächlich auch etwas für Sammy, was ich bestellt habe. Das ist so eine, ähm, Hundebürste. Ich habe sowas auch schon. Aber die werden halt irgendwann recht spackig und so. Und ich meine auch sowas schon mal bei Amazon gesehen zu haben. Ist halt praktisch, weil du kannst den kämmen und dann die Haare so rausmachen. Ne? Das finde ich ganz gut. Du hast hier auch auf den Zacken die Noppen drauf. Und, äh, das ist jetzt erstmal auf den ersten Eindruck ganz gut. Ich kann ja mal Sammy kämmen. Hast du Bock drauf? Hast du richtig Bock drauf? Tatsächlich ist es so, dass diese Bürste etwas härter an seinen Haaren zieht, an seinem Fell zieht, als die, die wir aktuell im Einsatz haben. Entschuldigung, kleiner Mann. Und, äh, ja, hier habe ich jetzt auch schon direkt ein paar Tierhaare dran, ne? Und dann kann man das halt so rausdrücken. Upsala. Und dann fällt das auch schon direkt ab. Also das ist schon sehr, sehr cool. Sowas kenne ich auch schon. Das ist echt gut. Und, ähm, das ist sehr effektiv. Auch das ist ein Produkt, wo ich sagen muss, okay, dann kann wo was, ne? Okay. Okay. Wir gucken weiter. Ähm, hier kann ich jetzt tatsächlich, äh, euch nicht direkt sagen, wie ich das finde, beziehungsweise in Anwendung nehmen, weil das wollten Schatzi und ich dann unten in Ruhe machen, ähm, dass wir halt unsere, das kann ich euch ja im Vlog zeigen, ich drehe auch diese Woche einen Vlog, dann seht ihr das am 13.8., ähm, genau. Das wollte ich halt unten an die ganzen Schränke und so dran machen, dass wenn Julius da dann halt auf Wanderschaft gehen wird demnächst, ähm, das dauert nicht mehr lange, ich merke das wohl, dass wir die zumachen können. Es ist mit einem 3M-Kleber, was ich auch ganz gut finde, ne? Und das kannst du halt an die Schränke so dran machen. Das ist auch nicht flexibel. Wie doll kann ein Kind sehen? Weiß ich nicht, ich ziehe jetzt schon relativ kräftig dran, da geht jetzt auch nichts kaputt, ähm, und dann kann man halt selber das dann lösen, dass es sich öffnet. Moment. Okay, das funktioniert auch tatsächlich gar nicht mehr so schlecht, fühlt sich recht leicht an, aber ich bräuchte jetzt auch nichts super schweres. Ähm, ja, die Verarbeitung von diesem Band, äh, Leute, die jetzt vielleicht schon das ein oder andere Mal was genäht haben, sehen, was ich sehe, es ist halt nicht so super hochwertig gemacht, ne? Das sieht man auf jeden Fall, dass es schon sehr günstig ist, dass die Nähte jetzt nicht so, äh, gut aussehen. Also ich finde, das sieht schon sehr hackelig aus, ne? Sehr kreuz und quer. Mal eben so dreimal drüber genäht, fertig ist die Laube. Ähm, ja, ist okay. Ähm, ich finde es halt praktisch. Ja, also ich glaube, dass das auch definitiv was sinnvolles ist. Es ist süß. Du hast ja auch ein Smiley drauf, auch das finde ich niedlich, ne? Ähm, ja, solide. Schauen wir uns das nächste Teil an. Oh, ich habe mir Schmuck bestellt. Jao, da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Äh, das sind halt solche Ohrviecher. Auch bekannt als Bohrstecker, Claudia. Also es kommt auch wirklich nur in so einem Plastiktütchen und jetzt nicht irgendwie noch groß gepackt in irgendeiner Schmuckschachtel. Da wurde natürlich überall gespart, wo es geht, ne? Und ich finde auch nicht, dass es sonderlich, äh, hochwertig aussieht. So ungefähr gar nicht, ne? Also das ist schon sehr, ähm, also nicht mal Modeschmuck, würde ich sagen. So von der Qualität her. Da haben wir alles, was wir bei, keine Ahnung, C&A, H&M, Bichot Brigitte uns so kaufen, definitiv eine höhere Qualität, als wir jetzt bei dem Ding sehen. Und da muss man auch nicht allzu nah rangehen, um zu sehen, dass es jetzt nicht so super krasses Zeug ist, ne? Naja, ich mache trotzdem mal einen Stecker hier rein. Wir haben hier verschiedene, ähm, ne, haben wir nicht. Hä? Ist hier einer zu wenig? Ist da einer noch drin? Ne. Okay. Hä? Wir haben nämlich einen, so einen Gumminoppen und zwei von diesen normalen Steckern halt. Ja, schlecht sieht das jetzt nicht aus. Es steht halt ein bisschen ab, aber das liegt auch ein Stück weit an meiner Ohrenform, ne? Ja. Okay, ne? Will wahrscheinlich relativ schnell sich dann auch runterdrehen. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Art und Weise des Steckers und an der Form meines Ohres. Werde ich das jetzt viel tragen? Ich weiß es nicht. Vielleicht so in der Adventszeit. Da kann das was werden, ne? Gut. Machen wir jetzt aber meinen anderen wieder rein, weil ich glaube, mit offenen Haaren ist das eh nichts für mich da, äh, das kann ich knicken. Also das würde ich jetzt nicht so empfehlen, da so einen Schmuck zu bestellen, ne? Aber der hat auch nur wenig gekostet. Ich blende euch die Preise ja ein, was ich bezahlt habe. Dann kommen wir zum nächsten. Natürlich möchte ich auch ganz gerne Make-up ausprobieren. Ähm, hier steht sogar ein Expiry-Date drauf, 0, äh, also 27, äh, 2027 läuft es ab. Produziert wurde das am 16.26.23. Das ist echt noch gar nicht so lange her. Ingredients sind hier aufgeführt, was ich auch ganz nett finde. Da ist nicht so super viel drin, ne? How to use for eyelash. Süß. Ich habe jetzt halt einfach schon Mascara drauf, da macht es dann relativ wenig Sinn, das nochmal drüber zu geben. Ähm, ich kann aber die Verpackung vielleicht mir einfach anschauen. Ich finde den Druck jetzt nicht so hochwertig. Das fühlt sich sehr, sehr leicht, sehr, sehr, ähm, Billow-mäßig tatsächlich an, ne? Also das ist, da ist jede Action-Mascara schwerer als diese hier. Der Geruch geht tatsächlich klar. Die scheint auch sehr stark parfümiert zu sein. Die riecht nämlich mega nach Pfirsich. Ähm, wir haben ein Gummibürstchen, was sehr, sehr buschig ist. Also sowas, finde ich, sieht man relativ selten, ne? Also so eine Art Bürstchen habe ich jetzt so noch nicht häufig in meiner Sammlung. Ähm, da bin ich jetzt einfach gespannt drauf, wie das dann auch funktionieren wird. Ich werde die dann mal, ich denke, Instagram Reel oder so mal ausprobieren. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Claudis Weltunterstrich heiße ich da. Genau, weil wie gesagt, ich bin jetzt gerade geschminkt, schon Full Face. Habe aber auch schon einige Videos abgedreht. Deswegen ist mein Full Face auch nicht mehr ganz so fresh. Als nächstes nehme ich mal dieses Produkt. Das ist ein Spielzeug für Sammy, was sehr klein aussieht. Oh je, oh je. Auch hier haben wir keinen wirklichen Geruch. Haben wir einen Squeezer? Einen Squeezer haben wir drin. Aber das Ding, das ist in fünf Minuten maximal platt. Sammy ist jetzt gerade platt, ich weiß nicht. Oder hast du Bock? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal gucken. Ich weiß auch nicht, welches Tier das jetzt sein soll. Ein Elefant ist das jetzt irgendwie nicht von der Optik her. Ist das eine Maus? Habe ich eine Maus bestellt? Das kann auch sein. Ja. Sammy hat auf jeden Fall Bock. Und mal gucken. Mal gucken. Willst du in die Kamera? Dann hüpf. Hüpf, hüpf. Ja, du darfst es haben, du Räuber. Schauen wir mal, wie lange er das, wenn er das jetzt zerfetzt. Oder zerfetzt er es nicht? Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Er gnäppelt. Okay, dann habe ich hier das nächste. Das ist Kleidung. Deswegen filme ich jetzt heute auch nicht mit meinem Mikro, sondern, also mit meinem Ansteckmikro, sondern mit dem Telefonmikro vor allem, mit dem Mikro von der Kamera, also mit dem anderen Mikro halt. Das sieht riesig aus, oh je. Und die Lady, die das auf Temu anhatte, die sah damit ziemlich scharf aus. Ich glaube, das ist schon sehr sackartig, ne? Also es riecht definitiv jetzt nicht. Ne, das muss ich wirklich sagen. Die haben jetzt nicht irgendwie einen starken Duft oder so mit dabei. Das ist sehr, sehr positiv. Ja, es fühlt sich halt einfach an wie Polyester. Aber ich meine, dass es auch in den Kommentaren gestanden hat, dass es halt gewöhnungsbedürftiger Stoff ist. 65% Polyester, 35% Baumwolle und ich habe die Größe M. Hm, gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick. Das ist echt gar nicht so schlecht. Also wir haben nicht so einen tiefen Ausschnitt, wie ich das gehofft hätte, weil das, also das hätte ich tatsächlich ein bisschen lockerer gefunden. Ich habe jetzt meinen Scheid einfach runtergeklappt. Wir kommen damit klar, okay? Ja, von der Länge her ist es auch tatsächlich lang genug. Also wo ist mein, also da ist mein Bauchnabel. Ne, da ist noch ordentlich was. Und ja, also, ne, könnte vielleicht, wenn ich mir hier so ein Gürtel drum binde, dass es dann einfach ein bisschen enger sitzt. Aber ansonsten finde ich das gar nicht so schlecht. So was würde man sicherlich auch irgendwie bei H&M oder so kriegen. Auch das Muster, ne, finde ich süß. Ist vollkommen in Ordnung. Also ich mag das T-Shirt tatsächlich. Armtechnisch okay, da muss man sich die Achseln rasieren. Aber ich finde, dass das einen schönen Armausschnitt hat. Ja, man muss halt einfach das mögen, dass man halt Polyester trägt, ne? Das ist halt immer so eine Sache, weil man da super schnell drin schwitzen kann. Ja, geht. Samir hat übrigens keinen Bock mehr auf das Spiel. Der hat es einfach liegen lassen und ist gegangen. Dann habe ich hier etwas, das werden mein Freund und ich dann auch jetzt, ich denke, morgen oder übermorgen einfach mal anbringen und ausprobieren. Oder ich werde es ausprobieren, weil er dann auch nicht so voll begeistert ist. Auf jeden Fall habe ich hier solche Waschmaschinenfüße, weil unsere Waschmaschine ist einfach auch schon ein paar Jährchen alt. Und wenn die schleudert, die rennt. Und Schanzi sagte auch, naja, wir haben ja eigentlich Gummifüße drunter, aber ich wollte halt unter die Gummifüße nochmal Gummifüße machen, damit das Ganze noch mehr abgefedert wird. So, hier haben wir auch schon ein bisschen was umgeknickt, aber das muss ich mal gucken. Das ist natürlich verrückt, ne? Wir haben hier Hartgummi wahrscheinlich, aber es ist eher Plastik. Würde ich eher als Plastik bezeichnen. Hier unten drunter, okay, ne? Da haben wir halt eine Gummilippe. Ja, und das Teil hier ist hohl. Ich hätte gehofft, dass es wirklich aus Komplettgummi ist. Also auch, dass dieses graue Ding aus Gummi wäre, weil das hätte da wirklich auch noch was abgefangen. Das wäre auch noch ein bisschen effektiver gewesen. Aber, Claudia, du hast bei Temo bestellt, weißt du Bescheid, ne? Ja, das merke ich jetzt halt einfach so ein bisschen, dass man da bei manchen Dingen einfach Abspriche machen muss. Aber auch ein Produkt, was wir ausprobieren werden. Also jetzt nicht irgendwie Killefit, ne? So, dann habe ich hier Net Content 10 Gramm Pink. Ist das ein Highlighter? Das steht gar nicht drauf, was das sein soll. Expiral Date steht hier auch drauf. Das ist am 24., äh, am 26.04. produziert worden dieses Jahr. The Multifunctional Make-Up Pen with Silky and Light Texture is available in four colors. Das ist ein Highlighter, glaube ich, gewesen. Ja, weil das ist ja direkt drüber geklebt, über dem, was es sein sollte. Läuft. Stimmt, ja, das war das. Das ist nämlich, huch, eine, ähm, eine Nachmache tatsächlich, meiner Meinung nach, von dem Charlotte Tilbury. Und die Kappe ist, äh, hier so. Aber du merkst einfach direkt schon an der Haptik, dass es super, super günstig ist. Aber, wir schauen jetzt einfach mal. Schwemm ich in, ähm, du fühlst hier direkt diesen, diesen Auslauf, ne? Quasi. Aber gut, wir probieren es jetzt einfach mal. Huch. Es ist halt ein bisschen sehr, also wenn ich jetzt, man muss nämlich immer drehen, von off zu on. Und wenn ich das mache und nicht exakt drehe, sondern vielleicht ein Mühe weiter drehe, dann drehe ich das ganze Ding mit auf, hatte ich eben. Das war, äh, schwierig. Drücke ich das mal hoch. Wow, das ist echt pink. Riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Gebe ich mir jetzt ordentlich mal was auf, ne? Also, es kommt halt wirklich rosa hier raus. Schön nicht verkehrt. Zudrehen. Produkt abstreifen. Joa, hier habe ich das Produkt jetzt auch vorhanden, ne? Das ist jetzt noch nicht verteilt. Das sieht einfach nur aus wie, also nicht wie ein Highlighter, bin ich ehrlich, ne? Das ist wie eine Creme mehr. Das hat auch einfach gar kein, gar kein Glow. Null, 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 null. Das ist, äh, Teneff. Das kann man sich schenken. Das braucht man nicht. Guck mal. Du hast nicht, du hast vielleicht minimal Schimmer mit da drin. Also das, was gerade den Glow gibt, ist die Feuchtigkeit von dem Produkt, ne? Auch auf meinen Fingern. Da siehst du nicht wirklich was. Nee, das ist, äh, nicht das, was es sein sollte. Okay. Oh, was habe ich hier? Das war irgendwie so ein Slime oder so. Da habe ich ja schon ein bisschen Angst vor, ne? Was sollte man damit machen können? Irgendwas musst du damit, glaube ich, sauber machen können. Ganz verrückt. Autostaub-Schmutzreiniger. Genau. Das ist das. Also, das sieht aus wie einfach irgendein Glibber. Aber man soll diesen Glibber wohl nehmen können und dann halt irgendwo dann drauf machen oder auf Tastaturen und so, ne? Wo man dann den Staub abhaben möchte. Habe ich hier irgendwie eine vorrückte Stelle? Ja, habe ich. Ja, mal im Schminktisch. Ich traue die nicht. Oh, da ist schon eine Blase. Die da rauskommt. Also das muss ja erst mal auf meine Hand kommen. Also erst mal aus der Verpackung raus. Das kann ich ja direkt hier mal auf meinen Tisch machen. Sammy sitzt hier auch schon und guckt sich das ganz gespannt an. Ihr könnt halt auch noch nicht so ganz glauben, was Fräulchen hier so treibt. Ihhh, das ist Flabber. Kennt ihr den noch? Von damals haben wir doch in so kleinen Eimerchen gehabt. Slime. Riecht aber auch wieder angenehm, ne? Das ist jetzt nichts Ibar-mäßiges vom Duft her. Also es riecht nicht nach Chemie oder so. Aber es fühlt sich total gruselig an. Also wenn das irgendwie ich mach doch mein Auto doch nicht mit sauber. Das weiß ich nicht. Also da gehen ja auch Stückchen von ab, ne? Und die hätte ich halt nicht ganz also hätte ich überhaupt nicht gerne irgendwo dann dazwischen oder in der Tastatur. Die kriegst du dann einfach gar nicht mehr ab. Ich kann das jetzt ja mal hier irgendwo draufbappen und gucken, ob das irgendwas macht. Das flabbert hier so vor sich hin. Nimmt auch wohl Schmutz auf. Ne? Aber das ist echt verrückt. Aber jetzt ich mein gut Make-up ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger oder halt Glitzer hier Highlighter gedönsen was ich hier halt in meiner Schuppe ein bisschen angesammelt hat, ne? Aber es ist witzig. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht Spaß. Ich hab grad sehr viel Freude daran. Hätte ich auch Danny schicken können als Kindheitserinnerung. Aber so wirklich sauber machen und jetzt hier auch vor allem so in Rillen rein, ne? Ich drück das halt so richtig drauf, aber das geht nicht in die Rillen. Das geht da halt außen drum rum. Aber nicht in die Rille rein. Und ich hab hier Rillen. Also das erfüllt nicht seinen Zweck. Das ist halt zum Spielen. Du kannst damit Spaß haben, es durch die Gegend ziehen und das ist halt Spielzeug in meinen Augen. Aber es ist kein Saubermach-Ding. Ne. Das ist glibber. Okay, Claudi. Wir wollen jetzt das nächste Teil sehen. Flubber ist wieder in the house. Und ich hab auch kein Ibar an meinen Fingern jetzt. Das ist wohl wahr. Also ich hab jetzt nicht dieses... Also ich hab kein komisches Gefühl. Es ist einfach ein paar... Diese Stückchen sind geblieben. Also hier hab ich jetzt so ein kleines Stückchen, was ich so an meinem Finger verheddert hatte, ne? Aber ansonsten war es gut. Keine Ahnung, was da für Inhaltsstoffe dran sind. Wollen wir auch grad nicht drüber nachdenken. Das nächste ist quasi ein Spielzeug. Das ist ein Kleid. Manche von den Kleidern sahen schon sehr schlecht aus, muss ich gestehen. Hier sehen wir... Also ich find's hübsch. Definitiv. Das ist ein tolles, nicht stinkendes Kleid. Das riecht ein bisschen. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, ne? So schaut das aus. Und hier haben wir schon so ein paar lose Fäden. Das sieht man, ne? Das ist schon nicht so geil. Die würde ich dann halt rausschneiden. Und hier hinten haben wir einen Klettverschluss. Ja, und da siehst du ganz viele lose Fäden. Aber ich glaub, das lässt sich halt bei so einem Stoff jetzt nicht so mega gut vermeiden. Das sieht aber wirklich hübsch aus. Also hätte ich damals so ein Kleid bekommen für meine Barbies, hätte ich das auch hart gefeiert. Wirklich. Ich mag die Spitze hier drauf auch sehr gerne leiden. Das sieht wirklich hübsch aus. Und auch unten ist es eigentlich ganz gut verarbeitet. Jetzt hier drin die Nähte, okay, die verlieren den einen oder anderen Faden. Aber ansonsten find ich das echt süß. Muss ich sagen. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Klar, hier hinten ist es auch einfach nur abgeschnitten. Da ist jetzt nicht irgendwie was vernäht oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man mal auf die Idee kommt, die Kleider zu waschen oder so, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, dass sie dann ausnackeln. Aber an und für sich ist es süß. Oder? Was meint ihr? Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu den einzelnen Produkten in die Kommentare reinschreiben. Für mich ist es jetzt ja auch einfach mal eine First Impression, einfach ein Test. Und ich mag zum Beispiel hier oben auch, dass die das doppelt genäht haben. Ich glaube, das ist dann der Stoff von dem hier, also von dem untersten Rock, den die dann hochgezogen haben und dann auch über den Stoff von dem Unterrock einfach drüber genäht haben. Das finde ich ganz, ganz süß gemacht. schon. Und ich hätte auch gerne so ein Kleid im Real Life. Das ist schon cool. Also doch, als Barbie Kleid auf jeden Fall hätte ich mich als Kind drüber gefreut. So, weiter geht die Bildereise. Ich habe mir Socken bestellt. Das sind Sneakersocken und ich glaube, da kannst du auch nicht so super viel mit falsch machen. Eigentlich. Also ja, es sei denn, die sind halt ganz furchtbar von der Haptik her. One Size, also Größe 6 bis 10, 5 Paar in Weiß habe ich mir einfach bestellt. Auch hier kommt kein Duft raus. Aber ich nehme sie raus und habe hier direkt was Dreckiges. Das finde ich jetzt ja nicht so bombastisch, ne? Das muss ja nicht sein. Hm. Gut, finde ich, dass ich hier jetzt nicht so ganz viel, dass die alle zusammengenäht sind oder sowas. Du hast ja ganz oft, dass da sowas durchgeschossen wird und dann, ne? Du hast halt einfach die Verpackung entfernt, zack, fertig. Du hast kein Hängerchen oder so da dran. Vollkommen in Ordnung. Die Qualität ist schon sehr, sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Das ist ja fast schon Netzstoff, oder? Das ist halt wirklich günstig. Sehr, sehr günstig. Jetzt will ich meinen Hund nicht überfahren. Ich kann es auch mal anziehen. Ich habe ja, wie gesagt, Größe 41. Tada! Eine Socke ist an. Ne? Also, selbst wenn ich die jetzt auch am Fuß habe, ist die durchsichtig. Das ist natürlich jetzt nicht so genial, ne? Ich denke halt drüber nach, wenn ich die in den Trockner haue, was damit passiert. Mal schauen. Also, ich werde sie ja definitiv waschen und dann den Trockner packen. Würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt empfehlen, sowas zu kaufen, weil die sind halt sehr, sehr günstig. Ja, das habe ich für meinen Freund bestellt und ich war echt gespannt, ob das auch wirklich ankommt. Das ist natürlich jetzt auch alles einzeln eingepackt. Das sind quasi Klemmbausteinfiguren. Ja, zehn Stück einfach zufällige Figuren, genau. Und ich habe einmal so ein, was ist das denn? Witzig. So ein Silverman bekommen. Hier gibt es keinen Kopf. Ne, das ist ein Roboter. Oh. Okay, das ist ein Roboter. Ja. Ja, ein Roboter-Man quasi. Ich habe ein Superman bekommen. Wie cool. Das finde ich fancy. Hier habe ich noch einen Roboter-Held bekommen. Ich glaube, die sollen an Minecraft erinnern, oder? Das ist auch ein Marvel-Superheld. Ist das nicht Captain America? Wie cool. Habe ich den jetzt doppelt? Ne, das ist auch so eine Silber-Geschichte, aber ein anderer. Oh mein Gott. Bestimmt kennen Leute, die von Ninjago oder sowas, weil die halt mit diesen Ninja-Schwertern sind. Das ist halt bei uns jetzt nicht so viel vertreten. Ich habe hier tatsächlich auch eine Spider-Man-Figur mit drin. Fancy. Wer ist er? Soll das Tony Stark sein? Das weiß ich jetzt nicht. Man sieht auf jeden Fall, dass die Qualität von den Figuren ganz anders ist als die Original-Qualität. Das hier ist eine Lady, aber frag mich nicht. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Kenne ich nicht. Und, oh, wie heißt die denn noch mal? Das ist, nee, das ist Ninjago. Die hat auch ein Schwert mit dabei. Okay, ja, das ist auch so eine Ninja-Kämpferin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, zehn Figuren. Kannst du nichts zu sagen. Oh. Das hatte ich jetzt befürchtet, aber das habe ich ja selber. Also, die genaue Bezeichnung war zehn Stück zufällige Bastelsachen, glaube ich. Style for Random. Einfach Style for Random. Ja, drei Euro 32 habe ich dafür bezahlt. Und ich habe wirklich Random-Sachen bekommen, ne? Das sind halt so klassisches Plastik-Spielzeug, was man irgendwie so als Mitbringsel hat oder was man irgendwie, das sind so Streuartikel halt. So, das hier ist so ein Springfrosch. Die hatte ich damals in meiner Kindheit auch ähnlich, würde ich mal so sagen. Das würde sich ja aufregen werden. Oh mein Gott. Das ist witzig. Oh Gott. Was ist das? Ja, es ist ein Einhorn und dieses, dieses Gummi, das riecht schon so, ne, wenn du die Nase dran hältst. Aber was macht man damit? Macht man da hinten einen Stift rein durch dieses Loch oder so? Das weiß ich nicht. Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Auf jeden Fall ist das hier so ein, oder ist das ein Schlüsselanhänger? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich ganz weird an, weil das so ganz leicht ist. Aus diesem Material hätte ich mir meine Gummifüße für meine Waschmaschine tatsächlich gewünscht. Also das ist wirklich weichstes Gummi. Tatsächlich irgendwann nicht. Wenn ich hier das Einhorn-Ding quetsche, ne? Schon. Aber ich glaube, das muss so. Das fühlt sich aber auch irgendwie cool an, wenn man da so, keine Ahnung, crazy. Ja, das ist so ein klassisches Ding, was so hüpft, aber ne? Hat ein Smiley draus. Macht alles sympathischer. Ähm, was bist du? Das ist eine Murmel in so einem Ding. Hä? Warum? Ist aber auch zugenäht. Die bleibt da drin. Was macht man mit sowas? Gar keine Ahnung. Das ist so ein Pinguin, aber kannst du auch nicht irgendwas drin machen, oder? Ist da was drin? Ah, das ist so ein Pinguin, der sich immer wieder von alleine hinstellt, weil da drin irgendwie ein Beschwerungsteil ist. Okay, ja. Ein Zauberwürfel. Ja, ne? Ih, das ist auch aus diesem Material. Gehört das vielleicht dazu? Muss man das da durchstecken? Man kann es auch nicht in ein Kinderspielzeug hier reinpacken, wo man dem Einhorn irgendwas durch den Hintern schieben muss. Ihhh, er zackt. Warum? Und dann kann man damit, Leute, kann man das irgendwo dranhauen? Und das ist dann witzig? Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier auf jeden Fall durch das Loch jetzt, ich weiß nicht, muss das so? Das hat halt einfach gepasst, ne? Weiß ich nicht. Zerstöre ich jetzt die Kindheit von irgendwem? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, dann habe ich hier so ein Teil, da kannst du halt hier alles Mögliche bewegen. Joa, das ist bestimmt total super. Achso, und Fidget Spinner ist es dann halt auch irgendwie. Okay, ja gut. Ne? Kann laufen, kannst du hier den Kopf nach vorne und nach hinten durchdrücken. Ja, ist man vielleicht zwei Minuten beschäftigt. Dann habe ich hier noch so ein Glibbervieh. Was haben die alle mit diesen Glibberviehern, Sammy? Das ist auch nicht, ne? Das ist ein Schwein. Das riecht ein bisschen. Hat hier irgendwie auch so eine leichte Verarbeitungsfehlergeschichte. Was macht man damit? Ist es zum Stressabbau, dass Kinder dann so dran rumzuppeln können und dann ist alles irgendwie entspannter? Ich weiß es wirklich nicht. Also schreibt mir das wie gesagt gerne. Ähm, ich finde, das fühlt sich interessant an. Ist auf jeden Fall was anderes. Und dann habe ich hier auch noch so einen Fidget Spinner, noch so ein Teil, wo du halt auch die einzelnen Elemente bewegen kannst, ne? Okay, das wäre jetzt hier mein Set gewesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teile. Ja. Das ist wirklich Big Band Kram. Das braucht man jetzt so nicht, ne? Was habe ich denn da bestellt? Dafür muss ich mal eben in die App gehen, weil das weiß ich gerade echt nicht mehr. Schaut auf jeden Fall so aus. Das ist irgendwie so ein Block. Bin ich jetzt in der App und wieder fünf Milliarden Blitzangebote, Hilfe. Ah, das war einfaches Entfernung von Kalkablagerung. Das ist so ein Radiergummi für Badezimmer, Glas, Rostentferner, Gummi, Haushalt, Küche. Das soll so alles können, irgendwie, ne? Rost, Kalk, das wollte ich bei uns im Badezimmer ausprobieren. Genau. Ähm, das wird ausprobiert und dann werde ich euch mal hier einblenden, ob es funktioniert hat bei Kalk tatsächlich. Es ist, es riecht halt nach Gummi, es ist halt einfach wie ein Radiergummi. Ne? Ganz klassisch. Jo. Ein Radiergummi halt. Ich bin gespannt, ob das auch irgendwie seinen Zweck erfüllt und Kalk und Rost entfernt, weil da habe ich echt tatsächlich etwas, wo ich das gerne anwenden möchte. Dann nehme ich jetzt mal etwas Größeres raus und ich glaube, das war auch so mit das Teuerste. Minimal demoliert kommt die Verpackung bei allem an. Das ist ein eher cooler Fan, also quasi ein, ähm, ein Ventilator, der gleichzeitig auch eine kleine Klimaanlage sein soll. Das ist hier nochmal in so, äh, ja, Popfolie eingepackt. Das riecht auch ein bisschen, aber es geht. Doch, das geht wirklich. Das war jetzt nur so der, der erste Moment kann man so transportieren. Echt? Muss ich das denn mit Batterien machen? Ne, das kannst du hier mit so einem, äh, USB-Kabel anschließen. Genau, das Kabel ist hier auch mit drin. Das schließt du per USB an und stoppselst das dann hier mit ein. Soll ich da jetzt mal Wasser reinmachen, dass wir das ausprobieren? Ich habe ein bisschen Angst, weil das sieht alles sehr offen aus von der Technik her, ne? Okay. Das hier unten kannst du auf jeden Fall bewegen, das finde ich schön. Ah, hier Gott, da ist irgendwas, das muss man abmachen. Eine Transport-Sicherung. Habe ein Glas Wasser. Das mache ich hier dann mal rein. Ernsthaft? Weil hier sind die Schalter. Oder kommt da dann das Air-Cooling-Vieh raus? Wassermarsch. Das ist schon mal dicht. Es fließt nichts raus. Das sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Dann mache ich den Deckel wieder drauf. So. Das Kabel ist ein bisschen kurz. Ich habe mich jetzt hier unten mal hingesetzt. Mal gucken, ob das funktioniert. Äh, ja. Kabel, Steckdose. Also, es ist, äh, es haben gerade unterschiedliche Farben geleuchtet. Okay. Äh, ja. Dann machen wir das mal an. Okay. Das geht. Oh, guck mal. Hier kommt dann der Sprühnebel raus. Läuft bei ihm. Du kannst auch Licht anschalten und du kannst einen Timer stellen. Schlecht ist das nicht. Oh, das ist die zweite Stufe. Und das hat sogar eine dritte Stufe. Und dann ist aus. Ach, guck mal. Du hast ja auch noch unterschiedliche Sprühstufen. Du kannst, äh, einen sprühen lassen, drei sprühen lassen oder alle fünf. Und dafür muss das nicht mehr laufen. Und ihn hier kannst du auch noch bewegen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde das Teil gar nicht mal so schlecht. Ja, das Licht konnte man auch gerade in verschiedenen Farben einstellen. Also so schlecht fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich fand's ehrlich gesagt sogar gut. Ich würde mir das so, wie es da steht, auch bei uns im Laden, im Action zum Beispiel, kaufen. Ja. Das hier habe ich jetzt für meinen Freund bestellt. Lele Brother. Großartig. My Blocks. Das ist tatsächlich ähnlich wie die Creator-Expert-Reihe, die man halt auch von Lego kennt. Ne? Denn wir haben hier auch so eine Häuser-Reihe. Also das ist schon, also das ist hart. Das ist richtig hart, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube auch, wenn Lego sowas sieht, dann finden die das jetzt nicht so witzig. Starbuck ist hier das, was ich bestellt habe. Ich habe schon direkt auf dem Bild gesehen, dass der Bauspaß da jetzt nicht so ultimativ riesig sein wird. 208 Teile ist auch tatsächlich nicht so super viel. Also für ein Kind ist das vielleicht wirklich eine schöne Sache. Aber ich weiß zum Beispiel, dass diese Creator-Expert-Reihe von Lego, die mein Freund auch sammelt und großartig findet, ich glaube ab 16 ist. Und da hast du halt auch wirklich Bauspaß dabei. Das ist hier dann wahrscheinlich etwas eingeschränkter. Man hat ein Tütchen und noch ein Tütchen und das war's. Eine kleine Mini-Bauernleitung. Oh, das ist echt süß. Ja, das ist schon, das ist schon etwas kleiner gehalten, aber wenn man halt so eine kleine Geschichte haben möchte, könnte das auf jeden Fall was sein, wo vielleicht sich auch, ja, als mitbringseligen Kind sich drüber freuen könnte. Ist auf jeden Fall ganz süß, ne? Also, ja, von den Steinen her wird das definitiv nicht die Qualität haben wie das Original, aber für mal so ein bisschen Bauspaß zwischendurch ist es nicht verkehrt. So, ich hab hier noch ein Kleidchen. Komm, das zieh ich auch mal an. Das sah auf dem Bild extrem schön aus und hier ist sogar ein Gürtel mit dabei. Das Erste, was ich mach, ist tatsächlich immer dran riechen. Und das riecht ein bisschen. Also es riecht überhaupt nicht wie Kleidung, die irgendwie begast wurde, weil das machen die ja ganz gerne, um halt die, ja, vor Schädlingen halt das Ganze zu schützen, ne? Es riecht schon nach irgendwas, aber ich find's jetzt nicht irgendwie schlimm. Und ich find auch, dieser Stoff fühlt sich echt gut an. Also der fühlt sich deutlich besser an als dieser hier. Größe M hab ich auch wieder hier. Und das ist 100% Polyester. Okay, es gibt halt Polyester und es gibt Polyester, ne? Der Gürtel, ja, ich weiß nicht, ob der langfristig halt geben wird. Also nein, ob der langfristig überstehen wird, weil ihr seht's ja jetzt schon, ne? Der ist nur dadurch, dass er halt geknickt worden ist, hat man hier diese Stellen. Das sieht halt echt unschön aus. Und der fühlt sich jetzt auch wirklich alles andere als hochwertig an, ne? Auch wenn ich den normal zumache, dann sitzt der halt auch irgendwie vollkommen falsch. Also eigentlich müsste dieses hier ja flexibel sein. Ist es das nicht? Ne, das ist hier festgemacht. Das ist ja dämlich. Weil dann hast du halt diese Gürtelschnalle an der Seite. Was soll das denn, ne? Aber ansonsten, finde ich, sieht das Kleid auch wirklich gar nicht so verkehrt aus. Wir haben hier einen wirklich bis hier oben Schlitz. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich zeige ein bisschen Bein. Uh. Die Länge des Kleides ist so sieben Achtel, drei Viertel. Knack, das war die Hüfte. Und ich finde auch, das sieht ganz süß aus, ne? Ja, so ein bisschen hippiemäßig. Das ist schon mein Style. Mag ich gerne alleine. Also wenn ich die Haare so aufhabe, ne? Das sieht schon so aus, als wäre das auch so gewollt, ne? Der Gürtel da rutscht ein bisschen. Da würde ich definitiv einen anderen dran machen. Das würde dann wahrscheinlich auch die Qualität oder die Optik ein bisschen anheben. Ansonsten, gefällt mir das. Hat das Taschen? Wahrscheinlich nicht. Nee, hat es nicht. Aber es sieht, also ich finde das Kleid schön. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hätte es gehofft, aber ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Ist jetzt kein klassischer Try-and-Haul. Also ich werde jetzt nicht irgendwie, ne? Aber habe ich nicht so mit gerechnet, dass er dann so wird, ne? Das ist schon mal positiv hier. Das finde ich gut. Das mag ich gerne leiden. Wer hätte das gedacht? Und ich finde den Ausschnitt auch nicht zu tief. Das ist halt auch wieder hier so wickelmäßig, ne? Also ich könnte das jetzt so einmal klappen und dann hast du da die Hubbies draußen. Aber je nachdem, wie man es halt kombiniert und stylt, kann das ganz gut werden. Also habe ich jetzt nichts gegen, ne? So. Ihr habt bestimmt mitgezählt. Zwei Teile habe ich hier quasi noch. Was war das hier nochmal? Battery? High Voltage? Oh, was ist das? Gucken wir mal. Eine Überraschungsbox. War das nicht so ein Mauspad oder so ein Tastaturpad? Tastaturbäck, nee. Was ist das? Huch. Huch. Kabel. Hä? Nein, wie geil. Ja, das habe ich für meine Füße bestimmt. Das ist doch, ja. Ein Fußmassagegerät. Okay, da sind, ja. Da sind Elektroden drauf. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Okay. So, auch das muss über Strom gehen. Dieses Ding, das ist wie mit Knöpfen, ne? Machst du halt hier so dran. Oh Gott, ist es mit Strom. Ich hätte nicht gedacht, ich hatte, ich hatte gedacht, das würde halt wirklich massieren. Nein. Jetzt habe ich Angst. Muss es permanent am Strom sein oder muss es erst mal aufladen? Oh. Das hat ja super funktioniert. Ich wollte es gerade abmachen und was ist passiert? Ich habe hier den ganzen Knopf von abgemacht. Schade, Schokolade. Das ist jetzt einfach mal schon direkt kaputt oder was? Ich habe echt Angst, ne? Wenn es mit Strom jetzt meine Füße bearbeitet. Das Kabel davon ist auch einfach viel zu klein. Deswegen habe ich jetzt einfach mal eins genommen, was bei mir schon eingesteckt war. Ähm. Hilfe. Ich glaube, ich muss es erst mal laden lassen und kann das dann gleich benutzen. Ich warte jetzt einfach mal ein Weilchen, ne? Dass das vielleicht auch aufgeladen wird oder so. Mal schauen. Dann legen wir das mal zur Seite und testen das nächste Gerät. Und zwar war das ein Set, was ich bestellt habe. Besteht aus diesen Teilen. Das ist einmal ein Portable Mini Printer und dann habe ich mir noch hier so eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn von diesen Papierrollen mit dazu bestellt. Da kannst du angeblich deine Fotos vom Handy direkt ausdrucken. Auch hier ein winziges Ladekabel mit dabei. Wobei ich hoffe, dass... Nee. Ich hatte erst gehofft, dass ich das vielleicht nehmen kann, um das... Also, dass ich das mit dem Handy ja verbinde. Oder wie muss das verbunden werden? Oh mein Gott. Ja. Sieht auf jeden Fall so aus. Und die Rezensionen, die ich dazu gelesen habe, waren wirklich positiv, ne? Das ist halt so typisch asiatisch in diesem Katzendesign. Hier kann man die Rolle wechseln. Okay. Die muss ich aber doch bestimmt auch noch irgendwie einfädeln, ne? Ich fädelte das sicherlich nicht von alleine ein. Mini Printer Manual. Es ist auf jeden Fall auf... Oh, ich habe eine deutsche Anleitung mit dabei. Sehr cool. Kurze Einleitung. Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um unsere zu verstehen und zu nutzen, Produkte plus unsere Produkte, wir empfehlen Ihnen, dies sorgfältig zu lesen, lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung zum späteren Nachschlagen durch. Die in der aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen Handbuch. Wenn ein Fehler vorliegt, Referenz. Wir erwarten Benutzer, verstehen, dass der Inhalt des Designs ist, ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Produkt hat einzigartige Form und exquisites Design. Einfach zu bedienen. Griff, Digitaldrucker für Kinder. Design für digitale Kinderprodukte, damit KinderInnen, damit Kinder lernen. Was? Mit mehr zu spielen Naturspaß. Okay. Ach so, man muss eine extra App dafür installieren. Das kann ich jetzt ja auch nochmal machen. Wir haben ja Zeit. Das Ding muss ja aufgeladen werden. Das ist eine kostenlose App. Das ist auch positiv. Man muss sich einloggen. Okay, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Du kannst einen Bilddruck machen, einen Etikettendruck, eine neue Notiz und eine Aufgabenliste. Ausgangsmaterial, Skizzenbrett, Bannerdruck, horizontale Ausrichtung, Sprachnotiz, Webdruck, Blablabla, das ist ganz schön viel. Aber ich muss auch noch warten, dass das Gerät aufgeladen ist. Das heißt, ich muss warten, dass die Fußmatte aufgeladen wird. Ich muss warten, dass das Gerät aufgeladen wird. Ich werde jetzt zwischenzeitlich ein anderes Video drehen, dass die ganzen Geräte jetzt mal Zeit haben, aufzuladen. Und dann machen wir gleich weiter. So, es ist jetzt etwas Zeit vergangen und ich habe jetzt auch zwischenzeitlich mein Project Pen zum Beispiel abgedreht und jetzt möchte ich einfach mal noch diesen Mini-Drucker ausprobieren, denn ich bin ehrlich, die Stromfußmatte, da traue ich mich nicht dran. Da bin ich, ich bin vollkommen ehrlich, ich habe da Schiss vor, Leute. Diesen kleinen Mini-Drucker werde ich jetzt nochmal verwenden. Das heißt, ich werde jetzt meine App öffnen und gucken, wie das Ganze so funktioniert. Walkprint nennt sich die App. Ich habe eben draußen einfach ein Foto von mir aufgenommen, was ich gleich bei Instagram auch posten wollte. Gleich ist gut. Heute nicht mehr, es ist 10 Uhr abends mittlerweile. Es kommt auf jeden Fall in schwarz-weiß. Ich habe das ja in 1 zu 1 aufgenommen, also quasi auch im Format für Instagram. Titel drucken. Bitte warten. Hat er nicht gemacht. Ach so, jetzt muss ich die erstmal miteinander verbinden. Koppeln. Bluetooth ist verbunden. Jetzt aber. Drucken. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe wahrscheinlich? Man muss doch bestimmt irgendwie diese, die Druckerkassette. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass da vielleicht irgendwo so ein Druckervieh ist, was man entfernen muss, aber irgendwie. Hä? Ich habe die Rolle jetzt mal andersrum reingelegt. Vielleicht musste man das machen. Ja, ich habe die Rolle falsch rum drin gehabt. Das war ein, ein Anwenderfehler. Also man sieht auf jeden Fall ein Foto. Und wenn man das mal ebenso für zwischendurch haben möchte, wenn man irgendwie mit irgendwem unterwegs ist und sagt, Mensch, komm, das machen wir jetzt ein Foto und das drücken wir uns aus und dann haben wir das für immer irgendwie bei uns im Portemonnaie, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Die Qualität ist jetzt nicht so supergeil. Das auf gar keinen Fall. Du kannst ja jetzt keine großartigen Detailaufnahmen oder so mit haben. Ich zeige es noch mal in die Kamera. So sieht das aus, ne? Aber es ist schon süß. Komm. Ne? Das definitiv. Ist es 22 Euro wert? Überlasse ich euch selbst. Also mir persönlich ist es das wert, weil ich das ganz witzig finde und das definitiv beim nächsten Mädelsabend mit dabei haben werde und wir werden unsere Freude damit haben. Ich weiß jetzt nicht, das druckt ja irgendwie anders. Das druckt ja irgendwie aufgrund von dem Papier, ne? Und das druckt ja nicht irgendwie mit Farbe. Ganz verrückt. Also doch irgendwie mit Farbe, aber irgendwie auch nicht, weil das hat ja eben die andere Seite nicht bedruckt. Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt wirklich dann am Papier, weil man kann keine Patronen nachbestellen, keine Druckerpatronen, sondern nur diese Rollen. Also das ist irgendwie total fancy. Oder irgendwann hast du halt keine Druckertinte mehr und dann musst du dir ein neues Gerät kaufen, hast aber noch 20 Milliarden Rollen und musst zusehen, ne? Ich schließe das jetzt auch nochmal an Strom an. Also was sage ich jetzt zu Themen? Wenn man nicht die allergrößte Qualität von den Produkten erwartet und halt auch wirklich sagt, okay, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt einfach angebracht, ne? Dann ist das wahrscheinlich etwas, wo man sich umschauen kann und wo man halt so ein bisschen Produkte, die halt in einer ähnlichen Qualität wie zum Beispiel im Action sind, finden und kaufen kann, wenn man möchte. Man sollte aber tatsächlich nicht die allerhöchsten Erwartungen haben an die Produkte, die dort im Shop verfügbar sind und sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Produktbild nicht blenden lassen. Aber ich finde ganz persönlich nicht unbedingt, dass die Qualität so ist wie bei Wish, also nicht diese Low-Low-Qualität. Ich würde nicht unbedingt dort empfehlen, Make-up zu bestellen. Das wäre jetzt so, ne? Weil man halt wegen der Inhaltsstoffe nicht genau weiß, da wäre ich super vorsichtig. Deswegen schauen wir mal, was die Mascara noch so bringen wird. Technische Geräte finde ich gar nicht so verkehrt. Wobei, da habe ich jetzt auch einen Fail mit dabei gehabt mit dieser Fußmatte. Ansonsten Feuer frei, Leute. Wenn ihr Bock habt, bestellt bei Temu. Ich habe da jetzt so keine Probleme mit gehabt, dass da irgendwie super krasser Ramsch angekommen wäre oder so. Also ich bin positiv überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre schlimmer. Bin ich ehrlich, ne? Die Schlappen feiere ich. Ich werde sie tragen, denn ich bin echt Schlappen-Louis, ne? Aber wie gesagt, ihr müsst halt selber für euch entscheiden, ob das für euch Preis-Leistungs-Verhältnis technisch stimmt oder ob ihr sagt, Mensch, ich gehe hier einfach lieber in Action in eine Postenbörse, in Teddy oder so. Hab dann da vergleichbare Qualität und vielleicht zahle ich da 50 Cent mehr für. Ne? Bleibt einem selbst überlassen. Ich denke, dass ich jetzt nicht mehr so schnell bei Temu was bestellen werde, um ehrlich zu sein, denn ich habe mich jetzt ja schon so ein bisschen ausgetobt und bin aber eher so Richtung Team-Action gucken oder so. Das ist mehr so meine Welt. Ja, aber schreibt mir auch gerne, wie gesagt, eure Meinung zu den Produkten, die ich euch gezeigt habe oder auch eure Erfahrungen, denn wenn ich meinem DHL-Booten Klaus glauben darf, dann haben sehr, sehr viele Leute in letzter Zeit auch bei Temu bestellt. Ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend für dich, ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!